Scheißdebieter, Alter, ich könnte schon wieder ausrasten, unglaublich, diese Werbung, oder? 14 Millionen, was auch immer. Alter, jetzt geht's hier aber echt los, ey. Jetzt geht's hier wirklich auch los. Jetzt ist aber auch, hier wurde ja auch Schluss jetzt hier. Jetzt ist aber wirklich mal, also jetzt ist ja mal, jetzt... Äh, verdienen wir einfach... Ja, hallo, liebe Supersucht, du siehst sehr fluppy und heute kotzen wir uns mal ein bisschen aus, ja. Ja, wir spielen Black Ops, das ist eigentlich schon ein Grund genug, um sich auszukotzen. Aber, äh, erst recht, wenn man hier in so eine Runde reinkommt und da ist schon wieder irgendwas da in der Luft, was nicht sein sollte. Was ist denn das wieder hier? Irgend so ein Scheiß-Perk, was ich nicht kapiere. Heilige Scheiße, Mann. Gott, das will, das kann doch nicht wahr sein. WMD, was ist das überhaupt, was soll das heißen, WMD? Irgend so ein Kraftwerk hier. Äh, ich, ich kenne die Map, es ist arschkalt, ich rutsche dann dauernd aus. Es ist furchtbar, es ist einfach nur furchtbar. Domination übrigens, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ähm, und wie gesagt, gerade hier reinkommen, äh, gleich kommen hübsche Hunde hier noch. Und Hubschrauber und alles auf einmal, wie soll man denn da spielen? Wie soll denn das funktionieren? Es ist doch nicht zu fassen. Aber das soll nicht mein Hauptthema sein heute hier bei Fluppy. Kotzt sich endlich mal aus, ja. Endlich ist mal Schluss mit lustig. Wir endauern hier, äh, ja, ein auf nett und so weiter. Das ist jetzt mal vorbei. Wir sind jetzt hier mal in der arschlochfreien Zone. Also nicht in der arschlochfreien Zone, du weißt schon, was ich meine. Das ist ja auch pervers, ja. Ah, Kaffee muss sein, absolut, absolut. Immer Kaffee in den Blut haben, immer Kaffee in den, ja. Bull ist praktisch intravenös an meinen Armen. Äh, gesponsert übrigens bei, ist ja natürlich klar. Auch wir brauchen Geld, ist ja natürlich, muss man ja mal auch jetzt hier und so weiter. Aber ich komme vom Thema ab, Herrgott, das kann ja nicht wahr sein. Nein, es kotzt mich jetzt auch schon wieder an. Also pass auf, hier, ne, Thema und so weiter, Black Ops. Und ich habe gerade was gelesen. Ja, ich lese tatsächlich ab und zu, Spiegel Online. Ähm, einfach morgens, ne, wenn man aufsteht, man möchte sehen, wie man aussieht. Hahaha, jetzt auch der, Spiegel Online, ja. Nehme ihn aus dem Bad raus, ja. Das wird ein Touchpad sozusagen. Ähm, ganz neue RTL-Show anscheinend, äh, The Blackout. Und wenn ich sage, ganz neu, ist es natürlich nicht neu, sondern ein altes Konzept, was man schon kennt. Äh, praktisch mit neuen Namen. Natürlich kommt es wieder aus Amerika, ist ja logisch. Und, äh, worum geht es? Natürlich die C und Z-Provinenz dieses Landes, äh, wühlt sich im Dreck, äh, bekrapscht. Alte Senior Citizens, äh, Citizens, wie man so schön sagt. Was ist ein Citizens? Ja, das ist ein alter Mensch, der nicht aufsteht, ist auch logisch. Mann, Sit, Sitzen, das kann man doch lernen. Die Vokabeln, die hat man doch schon in der vierten Klasse, glaube ich, oder? Ich weiß es gerade nicht. Wenn ich nuschle, denn Herrgott entscheidet ab, geht sogar mal an der Krieger. Hallo, liebe Freunde, heute spielen wir wieder C und D. Okay, das war mal eine schlechte, schlechte CK-Parodie. Die kann ich besser. Hallo, liebe Freunde. Das war auch schlecht. Egal, weiter geht's. Das brauchen wir nur für die Tags. Ja, so funktioniert YouTube. Und ihr könnt sie nicht mehr ablesen. So sieht's ja mal aus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt müsst ihr selbst die Tags verteilen und könnt sie nicht mehr kopieren. Wie sieht's denn damit aus? Aber zurück zum Blackout. Siehst du, da hatte ich gerade ein Blackout und hab gerade mal das Thema vergessen. Meine Nachbarn werden's mir danken, hier um halb eins oder was haben wir hier? Ha! Fast auf die Minute richtig. Also, neue Show, ganz klar. Worum geht's? Ich hab keine Ahnung. Es geht natürlich darum, dass hier diese Transe da, die war mein Mann und die hat irgendwo mitgemacht. Ähm, die macht mit, ist irgendwie, hat auch Hautfarbe und dann, äh, irgendwelche Ochsenknechte, irgendwie, einer hässlicher, wie der andere heißt. Ähm, Roberto Blanco natürlich, der ist ja wenigstens noch, ne, was ist München? Oh ne, 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 wir alle kennen Stefan Raab, ist natürlich logisch. Und die sind in dieser Sendung und machen irgendeine Scheiße, ne? Also, die müssen irgendwo natürlich wieder im Dunkeln mit irgendwie Night-Vision-Kamera, Night-Vision, ne, ist auch ein hübsches Perk übrigens bei DayZ, find ich nie. Ich find's einfach nicht. Wo ist es denn? Ne, wo ist es denn? Das gibt's, glaub ich, gar nicht. Das ist ein fucking Hack, so wie das Flugzeug da in diesem meinem YouTube-Video. Ähm, und, äh, machen da irgendeine Scheiße, ne? Müssen irgendwas rumfassen, ich hab grad keine Ahnung. Ich guck mir den Mist auch nicht an. Ich hab, im Artikel hat man das noch nicht mal rausgefunden. Es ging eigentlich ja auch um diesen Moderator, dieser Daniel Hartwig, der macht ja irgendwie alles. Der ist ja ein Supertalent. Allein, der moderiert das Supertalent. Und, äh, jetzt macht er natürlich auch diese Sendung. Ist ja natürlich klar, wer guckt sich so einen Scheiß auch an und wer macht auch so einen Scheiß. Das kann ich ja nachvollziehen, ne? Und, ähm, klingt überhaupt nicht über die Handlung der Sendung, denn, ja, hat er keine Handlung. Da kannst du ja auch nichts überschreiben, ne? Ich sag euch mal, sehr verehrten Damen und Herren, also, Kommentarfrage einfach mal, wer guckt sich den Scheiß noch an? Und viel wichtiger, wer würde von euch mitmachen bei so einer Show? Bei so einer typischen Reality-Show, wo er irgendein Scheiß in sich reinstopfen muss. Das würde mich mal interessieren, wenn ihr mal ein Set-Prominent seid. Vielleicht sind ihr ja demnächst bei DSDS. Und wir lachen alle darüber. Floppy out.